Sie markieren sich die gewünschte Länge der Laufstrecke. Mit aufrechtem Oberkörper und der korrekten Armbeinkoordination führen Sie barfuß beim Laufen durch aktiven Hüfteinsatz jeweils abwechselnd mit dem rechten und linken Bein einen Kniehub aus, indem Sie versuchen Ihren Oberschenkel über die horizontale zu bringen. Dabei erfolgt synchron im gegenüberliegenden Bein eine Hüftstreckung. Um dies koordinativ im Wechsel zu gewährleisten machen Sie bitte einen kleinen Zwischenschritt. Zusätzlich achten Sie bitte auf einen aktiven Fußballenaufsatz.